Hi Leute, willkommen zu einer neuen und längst überfälligen Folge von Nennenswerte Enttäuschungen. Denn diesmal steht alles unter dem Banner Hachette und das wird es auch noch im nächsten Video, denn ich werde jetzt hier gleich zwei Videos aufnehmen. Denn ja, zur Zeit häuft sich da sowas bei Hachette, was mich ein bisschen ärgert. Und zwar bringt Hachette seit einiger Zeit ständig Comics, wo sie immer nur sozusagen den ersten Part bringen, den ersten Teil einer Geschichte. Und die zweiten Teil uns vorenthält. Bei vielen Sachen kann man einen auf Panini umschwenken, nicht bei allem. Spielt aber für mich dann hier auch keine so große Rolle, ob ich dann umschwenken kann oder nicht. Sondern es ist ja erstmal ärgerlich, wenn man so nur einen Teil einer Story bekommt und das war's dann. Du hängst, stehst mit einem Cliffhanger da und kriegst den nicht aufgelöst. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal zwei Folgen mit eben je fünf Nennenswerten Enttäuschungen, Hachette, wo eben einfach mit einem Cliffhanger aufgehört wird. Dabei nehme ich natürlich nicht nochmal Captain America Winter Soldier rein, den habe ich ja schon in der ersten Teil drin gehabt, dieser Reihe. Dementsprechend natürlich schwach sind, den jetzt nochmal zu nennen, aber er zählt nämlich genauso einfach dazu. Und fangen wir einfach mal an. Da hätten wir hier Band 35 der Reihe und Band 36 mit der Spider-Man Marvel Knight Reihe. Die Reihe hatte aber insgesamt zwölf Ausgaben und wir haben hier in dem ersten Band vier Ausgaben, in dem Band haben wir acht. Und die letzten vier Hefte wurden uns vorenthalten von Hachette mit der Auflösung der Geschichte, was nun aus Tante May wird. Super genial, ich fand die Story nicht wirklich gut, aber ich möchte schon gern wissen, wie es zu Ende erzählt wird. Und man hätte das Problem ja umgehen können, wenn man in jedes dieser Bände sechs Hefte reingepackt hätte. Aber nein, man hat sich für vier entschieden und enthält uns dann das letzte vor. Also, das war damals so eine richtig große Enttäuschung, als ich das dann eben bekommen hatte. Und hier fängt eine Story an und die wird hier nicht zu Ende erzählt. Richtig mies, einfach nur richtig mies. Gut, irgendwo ist das in den Panini Heften drin erschienen, kann man also schon die Lücke schließen. Aber ja, habe ich jetzt persönlich so gar kein Interesse weiter dran. Und hier hätte ich es natürlich gerne vollständig gehabt. Ja, das nächste richtig ärgerliche Ding. Thor, Gott des Donners. Hier haben wir die ersten fünf Hefte drin. Die Story läuft aber, ich glaube, über elf US-Ausgabe, wobei das sechste nur so eine Fill-In-Story war, die uns die Hintergrundgeschichte zum Gore der Götterschlechter erzählte. Ja, die aber eigentlich noch mit hätte in diesen Band auch noch reingemusst. Die haben sie aber nicht reingenommen. Und jetzt ist es so, man kann nicht mal auf die Panini-Variante gescheit umschwenken, denn Panini beginnt erst mit Heft 7, Band 2. Und das heißt, Band 6 würde fehlen. Gut, wie gesagt, ist nur eine Fill-In-Story. Die habe ich jetzt auch nicht gelesen. Ich habe dann die restlichen drei Bände in digitaler Form in der Panini-Variante. Aber das war natürlich ein richtig großer Ärger. Und ja, warum hat man hierzu keinen zweiten Band gebracht? Ja, und nach Thor, Gott des Donners, folgte auch noch Thor, Göttin des Donners. Die Fortsetzungsserie eben dann hierzu. Diese Serie wurde mit vier Bänden dann beendet. Und vor dem Secret Wars startete eben dann noch eine neue Torserie, nämlich mit einem weiblichen Tor, die beendet wurde in acht US-Ausgaben. Und jetzt ratet mal, wie viele US-Ausgaben hier drin sind. Habt ihr es? Es sind fünf. Das heißt, die letzten drei Hefte fehlen uns. Und das große Geheimnis, wer nun der weibliche Tor ist, wird nicht gelöst. So wie auch, was nun Thor, äh, nicht Thor, äh, Odin und sein Bruder, ähm, die Schlange, ihr wisst schon hier aus, äh, Ferret Safe, nun, äh, vorhaben, um den weiblichen Tor, äh, festzusetzen. Und das bleibt uns vorenthalten. So, hier lässt sich nun aber auch, äh, für den einen oder anderen sehr schwer umschwenken auf Panini. Denn Panini hat, äh, die Story gar nicht erst reprintet. Das heißt, man muss sich die Iron Man Tor Hefte holen. Nummer sechs, sieben und acht, ne? Bei mir ist das aber jetzt schon so, dass ich die Iron Man Hefte als Sammelband habe, ne? Mit, äh, der, äh, mit dem Superior Iron Man, ne? Weil das hatte mich damals interessiert, das hat mich nicht interessiert, ne? Ja, ist dann natürlich auch blöd, sich das nochmal zu holen. Also, auch richtig ärgerlich gewesen. Also, das war wirklich richtig ärgerlich für mich. Gut, ich hab es auf Englisch dann weiter gelesen, aber trotzdem fand ich das sehr enttäuschend. Und es wäre echt nicht die Herausforderung gewesen, auch die letzten drei Hefte hier reinzubringen. Also, auch hier hat Hachette mich sehr, sehr enttäuscht, ne? Und, wie gesagt, es scheint jetzt gerade so ein aktuelles Problem zu sein, was sich häuft. Denn vorher, äh, hatten wir eigentlich immer nur so zwei Sachen. Das war eben, äh, die Captain America Sache und hier die Spidey Sache. Ansonsten war eigentlich immer alles relativ gut aufgelöst worden, ne? Aber jetzt scheint sich das zu häufen, ne? Und dann eben auch ganz, ganz aktuell, Dr. Strange, äh, der Preis der Magie. Wir haben hier den ersten Band. Gut, es kann noch ein zweiter Band erscheinen, aber ich glaube nicht dran, denn hier steht nichts. Es geht weiter in Band 116 oder so. Steht hier gar nichts. Es endet einfach mit einem riesigen Cliffhanger und man denkt sich nur, äh, scheiße, ne? Also, hier werde ich wahrscheinlich auch auf Panini, äh, noch umschwenken und mir den zweiten Band holen, weil ich echt gehypt hier drauf bin, wie das weitergeht, weil es wirklich richtig gut ist, ne? Aber ärgerlich. Einfach ärgerlich, Herr Hachette. Und dann hätten wir hier noch Ultimates Bewährungsprobe aus Band 118. Also auch noch ganz aktuell. Ja, endet jetzt nicht wirklich mit einem riesigen Cliffhanger oder so. Hier sind mehrere Storylines drin, die aber zusammen ein großes Ganzes, äh, erzählen. Und dieses große Ganze wird eben jetzt nicht zu Ende erzählt, denn es sind noch ganz viele Geheimnisse ungelüftet, wie zum Beispiel, was so wirklich mit Eternity los ist. Ähm, ja, und das würden wir erst in einem eventuell zweiten Band erfahren, den wir aber wieder nicht bekommen haben und auch mit Sicherheit nicht mehr bekommen haben. Also bei Dr. Strange, sage ich noch, ist noch eine kleine Chance da, dass da noch was kommt. Hier nie im Leben. Und das ist natürlich wieder sehr, sehr schade, ne? Ähm, also dann lieber gar nicht als nur Häppchenweise, muss ich natürlich sagen. Also wenn man dann so komplett nichts hat, wo man drauf umschwenken kann, wenn ich noch auf Panini schwenken kann, ist es ja gut, aber dann so ist ärgerlich, ne? Und ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, die es sich holen oder die es sich vielleicht holen wollen, wie ihr jetzt zu diesen Ausgaben steht, aber ich finde das schon sehr enttäuschend, wenn man sich da etwas holt und dann eben eine geile Story liest, die einen wirklich auch noch fesselt oder die zumindest wie in den Fall von Spider-Man eben schon so geschrieben ist, dass man wissen will, wie es zu Ende geht und dann kommt da nichts, dann kommt da nichts. Ist doch scheiße. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ne? Ähm, also für mich sind das erst mal sehr, sehr große Enttäuschungen gewesen, ne? Und ja, gut, ich hätte trotz allem, äh, bis auf Spider-Man, bei Spider-Man hätte ich es mir nicht geholt, hätte ich es gewusst, den Rest hätte ich mir trotz allem geholt, muss ich natürlich gestehen, weil das für mich auch alles so dieses Reinschnuppern war, ne? Bei den beiden Torsachen, ne? Aber bei dem weiblichen Tor ärgert es mich richtig. Hier sage ich, ist ja noch, ich kann ja noch ansatzweise auf Panini umschwenken, aber hier, richtig ärgerlich, Doctor Strange ist, ja, man kann auf Panini umschwenken und das hier finde ich auch wieder sehr ärgerlich, ne? Aber, äh, hier war es natürlich auch für mich Reinschnuppern in Serien, die ich eben so nicht lese, für die mich gerne haschette, ne? Darum wird jetzt hier auch nicht Silversurferland Silversurfer erzählt. Eine verendete Geschichte hat zwar dann auch noch fortlaufende Ausgaben, ne, auf die ich nun auch neugierig bin, aber da ist das okay, ne? Aber hier fand ich es nicht okay, ne? Und hier haben sie manchmal nach einem ganz großen Vogel abgeschossen, ähnlich wie bei Winter Soldier. Also, das hier ein richtiges No-Go gewesen, ne? Ähm, und hätte ich das vorher gewusst, dass man die Story nicht beendet gekriegt, hätte ich die beiden Ausgaben auch nie gekauft, ne? Ich fähr's jetzt erstmal mit, äh, dem zweiten Part zu meinen nennenswerten Enttäuschungen. Dem ersten Part wiederum Thema Haschette. Da wird es bestimmt noch mehrere geben, wenn sich das so weiterentwickelt, aber, ja gut, ist jetzt erstmal so, ne? Gut, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!